Der Zusammenhalt ist für mich sehr wichtig, denn es gibt eine Motivation, zur Arbeit zu kommen. Man kann sich 100 Prozent auf die Kollegen verlassen. Man weiß, dass sie immer für einen da sind. Bei Schunk gibt es ein sehr besonders tolles Teamplay, denn es ist eine sehr gute Mischung von jung und alt. Man bedankt sich gerne für Kleinigkeiten und man merkt einfach, dass man willkommen ist in diesem Team. Der Zusammenhalt ist toll und die Arbeit macht auch Spaß. Wenn ich zur Arbeit gehe, dann freue ich mich insbesondere auf meine Kollegen, weil die versüßen einen den Tag einfach. Ich würde allen meinen Freunden empfehlen, sich bei Schunk zu bewerben, einfach weil die Atmosphäre ist einfach sehr toll hier. Als Team haben wir dann ein Produkt, das wir alle zusammen hergestellt haben und das bedeutet für mich Hand in Hand für Tomorrow. Man muss zusammen spielen, man muss zusammen passen. Also ja, wir sind Hand in Hand für Tomorrow.